Zum Beispiel eine Tüte wiederverschließbar machen. Die erkennt ihr schon, zwei Deckel von PET-Flaschen, am besten Pfandlose oder die man findet im Wald. Und damit man das Ganze aufhängen kann, ich habe mal gerade einen anderen Deckel schon präpariert. Jetzt gilt das Ganze nur noch in echt zu testen. Soll das Ganze aufhängen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020